Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Monumental-Dokumentarfilm StV Ilhard Sonterswil Auf dem Weg in die Erste Liga. Fragezeichen, Sie sehen hinter mir, sind die Jungs am Einspielen. Sie treffen zwar noch so wahnsinnig, aber es kommt dann schon im Spiel, hoffentlich. Marc Flückiger, Zielsetzung für die Final-Runde? Minimum ein Korb. Und als Team? Als Team. Sicher, als Top-Korber in der Geschichte Beigeben im Torverein. Wie sieht es mit dem Aufstieg aus? Ganz klar. Gunty, der heimliche Mannschaftsleader. Wie ist die Zielsetzung für die heutige Runde? Aufsteigen können wir nicht, wenn du einen dabei hast wie Marc. Mal in der Chance zu tun. Da kannst du vergessen. Da liegt höchstens der Zahnplatz. Ja, ja, ja. Das war's. 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 Well... We are the champions, my friend And we'll keep on fighting till we live We are the champions, we are the champions Most of our losers, we are the champions Of the world